Moin Leute, ich habe gestern mit einem Kumpel AFK Moneyjobs gezockt und dabei ist uns aufgefallen, dass wir dabei richtig gut gelevelt sind und dass man da eigentlich viel besser levelt als Geld macht. Und deshalb mache ich das Video hier und zeige euch, wie auch ihr schnell und einfach leveln könnt. Und zuerst müsst ihr in die Beschreibung gehen, da habt ihr für PS4, Xbox und PC Spielelisten. Die müsst ihr über den Social Club einfach markieren und dann geht ihr in GTA, in eine Freundesitzung oder in eine Einladungssitzung und startet die Spieleliste. Dafür benötigt ihr einfach einen Freund, schreibt, wenn ihr keine Freunde habt, einfach euren Ingame-Namen plus die Konsole in die Kommentare und verabredet euch. Und dann startet ihr die Scheiße einfach und jetzt im Job angekommen, müsst ihr einfach nur die L2-Taste fixieren. Ich habe das mit einem Gummiband gemacht, eben dass die L2-Taste gedrückt wird und dann könnt ihr es eigentlich AFK laufen lassen. Und ihr seht ja jetzt schon, ich bin mit Level 211 da reingegangen. Am Ende war ich schon, glaube ich, zu Level 214 oder so. Und ja, ab Level 200, da ist es ja auch schon schwieriger, überhaupt zu leveln. Und ihr könnt sehen, dass wir da richtig gut leveln und sogar besser leveln als Geld machen. Wir haben jetzt hier, ich denke mal, ihr kennt den Job noch, am Anfang 200 Dollar bekommen. Und danach kriegen wir immer pro Runde der Gewinner 2800 Dollar. Aber eben, ich finde es einfach viel besser für RP. Ich finde es einen richtig geilen RP-Trick. Und deshalb macht das auf jeden Fall auch fürs Level, wenn ihr jetzt richtig gut leveln wollt. Ich verlinke euch auf jeden Fall, wie gesagt, für PS4, Xbox und PC die jeweiligen Spiellisten. Für die Xbox und PC ist natürlich ein bisschen anders, weil ich das auf der PS4 zocke. Aber ich bin echt impressed und ihr seht da, Runde für Runde kriege ich da richtig viele Level. Und auch er hat da mit knapp Level 50 gestartet und war am Ende, als wir den Job dann beendet haben, noch nicht mal dem Ganzen, nach der ganzen Spielliste. Ich glaube, nach dem vierten Mal war er schon Level 60. Und daran sieht man einfach, dass es eine richtig coole Methode ist, um zu leveln. Ich habe euch da schon mal hochgeladen für Geld. Aber ich finde persönlich, eignet sich das viel besser für Leveln. Ihr seht jetzt hier, kriegen wir wieder RP, so. Und dann kriegen wir gleich wieder RP und nach der Runde dann wieder RP. Also richtig, richtig nice. Macht das, wie gesagt, finde ich richtig geil. Und ja, sogar ich bin da gut gelevelt. Und ihr wisst ja selber, wenn man so Level 200 ist oder 300, dann levelt man ja schon ziemlich langsam. Aber ihr könnt echt sehen, dass es bei mir schon ziemlich schnell geht. Und ich werde euch da gleich nochmal ein paar Sachen reinschneiden, dass ich halt auch ein bisschen dann aufgestiegen bin. Und wie gesagt, für Level ist das eine geile Methode. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ich habe Bock, mal einen RP-Guide zu machen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Dann würde ich das bringen. Wenn euch das Video gefällt oder gefallen hat, dann droppt doch einfach mal ein Like. Würde mich mega freuen. Und wenn ihr nichts mehr vergessen wollt rund um GTA Online, dann abonniert doch einfach mal den Kanal und macht die Glocke an. Stellt die Benachrichtigungen auf alle. Dann erhaltet ihr auch wirklich immer alle News und Tipps und Tricks zugeht hier online. Ich möchte nämlich auch nochmal Tagestiel-Guides und so. Wie gesagt, Leute, 2021 würde ich durchziehen. Ich hoffe, ich habe Bock. Und ja, dann würde ich mich schon verabschieden. Macht auf jeden Fall diese Scheiße danach, weil das ist zum Leveln richtig geil. Und nebenbei verdient ihr ja sogar noch wirklich ein bisschen Geld. Ihr müsst immer beachten, derjenige, der hostet, bekommt immer mehr Geld. Also, derjenige von euch, der wenige, am wenigsten Geld hat, sollte das hosten. Denn der, der das hostet, bekommt am meisten Geld. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Leveln. Ich wünsche euch wirklich, wie gesagt, immer noch einen schönen Start ins neue Jahr. Und jetzt bin ich raus. Haut rein, meine lieben Freunde. Und ciao. Bevor ich es aber vergesse, ich möchte jetzt nochmal den David grüßen. Denn er war derjenige, der im letzten Video am häufigsten Hashtag-Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben hat. Und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden möchtest, dann weise Bescheid. Schreib einfach so oft, wie es nur geht. Hashtag-Glocke aktiv in die Kommentare. Und derjenige, der eben am häufigsten Hashtag-Glocke aktiv geschrieben hat, wird im nächsten Video gegrüßt. Und jetzt wirklich haut rein und ciao Leute.